Hallo Max. Hi. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Gitarre oder Synthesizer? Gitarre. Ergänze, Castingshows sind? Können ein gutes Sprungbrett sein. Musik ist für mich? Alles. Besser wie Bier. Was muss man in Ettlingen unbedingt gesehen oder erlebt haben? Da muss man mal lecker Döner essen gewesen sein. Und in deiner Wahlheimat Hamburg? Unbedingt an eine Schanze und einen Trinken gehen mit mir, wenn ihr da seid. Meldet euch über diverse Kanäle. Singst du unter der Dusche? Ich kann mich da leider nicht zurückhalten. Aber auch Opern, Stuff und alles, was so das Herz begehrt. Mach mal vor. Ave Maria, Prada Visi. Warum hast du deine Ausbildung zum Bankkaufmann schon nach zwei Wochen hingeschmissen? Äh, nicht genügend Hotte Girls in der Bank. Oh, hoffentlich seht ihr das jetzt nicht. Nee, war ein Spaß. Alles gut. Hat keinen Spaß gemacht. Ich muss Musiker sein. Was sagst du, wenn jemand sagt, du hast eine Frisur wie Justin Bieber? Das ist eine ganz, ganz freche Lüge. Wobei kannst du so richtig entspannen? Äh, Walking Dead, Zombies. Was schaust du am liebsten im Fernsehen? Walking Dead, Zombies. Wer putzt in eurer WG? Niemand, leider. Ich setze mich ja schon seit Jahren für eine Putzfrau ein, aber die muss man auch erst irgendwie finden. Über was regst du dich bei deinem WG-Mitbewohner besonders auf? Dass der nie putzt. Was brauchst du auf Tour, Backstage auf jeden Fall? Fanta, Maracuja-Saft seit neun und ein Seil, ein Rope-Skipping-Seil. Das mach ich ganz gerne. Ich kann auch so Tricks, so zweimal und drunter und das kann man sich ganz gut aufwärmen. Was ist dein Ritual vor einem Auftritt? Rope-Skipping. Was isst du am liebsten, bevor du auf die Bühne gehst? Äh, Pizza, Döner, am besten beides zusammen. Wie cookst du, wenn du es gegessen hast? Wie ein Zombie. Was ist jetzt los? Gibt es noch eine Frage? Ein bisschen komisch jetzt die Stille. Ich mag keine Stille. Danke, Max. Okay, danke.